BÄM! 21! Zack! Rein damit! Und los! Krieg, junger Adler! Hinaus in die Freiheit! Dach auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Model Satisfactory. Haben wir heute vor? Das ist mein Kiffchen. Wir haben festgestellt, dass wir hier nicht den kriegen, wie wir es wollen. Aber das hier läuft wenigstens. Wir wollten in zwei Minuten den Spaß da reinschmeißen. Das heißt, ich kann in der Zwischenzeit den Spaß schon mal einsammeln. Da war doch was. Was habe ich denn davon in der Tasche? Wir können hier schon mal mit dem Eisen anfangen. Das haben wir ja Gott sei Dank hier und lagern das gerade ein. Das ist schön. Hallo. Hier haben wir schon mal. Dann brauchen wir eine ganze Menge anderes Zeug. Was kriegen wir da? Das kriegen wir da. Das andere kriegen wir auch alles dort, glaub ich. Dann? Wir kriegen wir einmal hier rüber. Dann da. Wir hätten gerne ein bisschen was. Nämlich die davon. Dann haben wir genau die 500, die wir brauchen. Das ist doch schon mal. Hallo. Der falsche Modus hier. Immer wieder das gleiche. Ja. So. Besser. Ähm. Komm. Komm. Jetzt machen wir Kupfer. Kupfer. Kupfer haben wir dort oben drin. Ähm. So. Dann brauchen wir das Zeug. Das haben wir hier unten drin. Und wir brauchen das Zeug. Wir brauchen von denen da hin. Wir brauchen von denen da hin. Hier haben wir die Friesen da schön. 2, 2, 3. So. Damit haben wir alles. Der Kollege ist auch da zurückgekommen. Ist doch super. Wir haben schon mal ein bisschen was erlebt. Boink. Na. Also du kommst rein. Du kommst rein. Du kommst rein. Du. Du. Nicht. Du. Aber. Du. Immer noch nicht. Du. Und. Du. Und. Da. Und. Das alles fällt hier. Ähm. Manchmal kommt was rein. Manchmal nicht. Ähm. Weiter wird. Danke. Ich brauche mal nicht mehr. Ähm. Dich brauchen wir aber noch. Und dich brauchen wir noch. Und dich brauchen wir noch. Das. So. Und dann können wir es direkt den nächsten aussuchen. Können wir das schon mal. Ähm. Stahl. Die kriegen wir. Bleiblau. Bleiblau. Dann kriegen wir doch auch hier vorne irgendwo. Oh. Ich bin ja momentan nichts reinlegen. Aber ist egal. Immerhin. so das läuft das läuft also da haben wir gesagt die 1000 wollen wir weiterlaufen das schon hier drin wäre ob es sich lohnen würde ein band wirklich da aus und darüber zu ziehen wo fährt das jetzt nicht weil dann läuft das automatisch da rein und läuft voll und minuten was haben wir denn was haben wir denn jetzt neu gar nichts da nichts wir haben denn es soll ich bei ein cooler er muss das können uns haben dinge nicht nur schon hier sind wir einmal hier überspringen arbeitest du eigentlich gerade oder dahin wollte ich ja nun schon 0 aber kleinigkeiten die man zwischendurch braucht man denn hier ja so ist auch eine gesache noch nicht eine sache wirklich ist noch nachdenken ich bin da genutzt und habe uns reingerichtet nein weder noch gut also wir könnten die beiden nehmen wir könnten auch sowas und sowas aber ich glaube ich bin es nicht so dass wir brauchen die beiden lächeln mich sehr an nicht ehrlich bin das hier wenden arbeit ich ja sowieso nicht deswegen brauche ich das nicht unbedingt sofort oder laufstege würden sich anbieten irgendwas sonderangebot auch nicht wir nehmen diese hier entnehmen wenn wir die größeren nehmen können wir mehr drauf schreiben die kleineren würden aber theoretisch auch reichen erst mal oder mal haben wir sieben die lassen wir brauchen wir nicht irgendwas nein hätten noch hier über das heißt wir können halb fundamente nehmen auch wenn wir sie nicht brauchen hätten könnten wir brauchen aber nicht arbeiten mit ram und auch alles nicht ausrüstung das haben wir wir denken mit ihm ich bin schlecht noch jetzt um was kann noch ein bisschen der rohrverlängerung bums er ist nein er ist wieder da schon mal ja mit poli wir wollen aber gerne beton haben es ist wunderbar ich doch schon alles in die richtung also schmeißen den rhein was gehen wir müssen 50 ist auf dem weg auch gut waterpool so heute ist erstmal das alles erforschen was wir schon so schon erforschen können gesagt gibt es hier auch läuft das durch hier drüben sind kabel drin der schmeißt das leider nirgends wo rein also wäre nur blöd wenn du das also da muss ich noch mal angehen dass wir die auch irgendwo rein das ist so anbietet es schon will das bauen können gibt es eine mod die sowas ermöglicht es sieht bescheuert aus und ist überhaupt nicht funktionieren ist schon irgendwie witzig du läufst da rein mach mal da oben voll hast du ein bisschen was zu tun ist da unten dran machst ein bisschen voll und rufs was das gefällt mir alles ums lange habe ich noch mit haben aber dann schon mal ein bisschen boink boink ein bisschen was wirst du so nach und nach ein kriegen können okay da müssen wir sowieso warten dass die kommen werden glaube ich das vorne gebaut ist noch mal hier sieht also die seite hier fertig zu machen das sind da haben wir noch nicht das richtige für genauso wie hier hätten wir aber noch nicht und da lernt man die okay das heißt also bis hierhin kommen wir quasi ohne dass wir irgendwas machen müssen in der zwischenzeit wird da weiter produziert in der weise nicht alles weil die kollegen hier hinten die laufen jetzt da schön rein und dann gleich bei 200 voll dabei 200 aber das war es dann auch da sollten wir einmal hingehen uns einen zweig schaffen ich frage nicht wofür man das braucht logistik da wollte ich hin das ist gut ich kann hier einen hinsetzen und sagen schmeißt mal da rein und links schmeißt du mir einfach überschuss rein das heißt er läuft jetzt erst schön er ist jetzt gerade schön folge und du machst jetzt erst den container nachfall bald das bitte voll gemacht das offensichtlich da geht doch jetzt müssen zwei sehr schön dann haben wir da schon mal vorgesorgt und da geht das hier da sind wir wieder ich will dreien genau wie ich will haben wir jetzt schon das läuft das ist doch schon mal ganz der schreck da oben läuft das rein das ist noch 150 brauchen wir da sollten wir haben und der rest glaube ich auch so wieder ab und weiter forschen mal da wollte ich noch gucken und da gemacht kein problem kann nämlich dass du soll da oben drauf gebaut haben hier holz haben wir eigentlich so clever und haben nein haben wir nicht natürlich großartig gewesen und das genau 200 heißt auch dass hier genau 200 sind ja immer so clever gewesen hätten da noch ein container zwischen gesetzt und hier aus bis auf 200 haben oder hier hätten wir die nehme ich hier auch weg ziehen können aber egal also da eben noch mit rein schmeißen das haben wir hinten gemacht noch mal eben du machst doch hier aus den dingen hast du die dinge aber da kommen zu wenig raus als dass sich das lohnen würde du machst fünf und du brauchst fünf das heißt wir werden nie in den punkt kommen dass die nachziehen da wir hier gerade nicht schnell brauchen wird es denn wenn wir hier hingehen und sagen mal auf 50 prozent runter 2 1 halb 2 pro minute machen brauchen wir auch nur zwei pro minute dann können wir nämlich hingehen wenn dann da dahin gehen nager container hier vorne hinsetzen und dort war eben einer einfach ins bitter dran setzen dann wiederum hingeht und quasi jeden zweiten da rein leitet das ist doch ganz gut theoretisch auch eine eigene maschine dafür machen wollen dann haben wir das schon mal dass der kollege schon wieder zurück können wir nämlich wenn wir nämlich da schon mal wenigstens den im beton rein schmeißen die 75 und vielleicht überlegen ob wir die auch schon verdengeln hier so da wird nichts aus ihr wisst was ich meine ob egal was wir jetzt machen wir werden da nicht dran vorbeikommen die haben wir da vorne 500 um 70 haben wir und da ist der rest soll auch schon mal rein dann kann der darüber die 50 sammeln dann ist gut so wie nennen wir das ganze in heute wo die ein tag ist gut so das haben wir drin nicht die stück hier von spielen brauchen wir auch wenn um die dinger zu machen auch für die hier oder mit 333 machen jetzt können wir daraus machen und zwölf ist das jetzt einfach mal hier so ein bisschen rein laufen damit oder das zeug auch kriegen ist ja alles kein problem nun werden die hier immer schön weiter hoch gehen wir kriegen wir dann 27 kamera haben was überbleibt so im 20 haben wir schon mal wir wollen uns jetzt von dem land zweich wieder ein bisschen was immer noch ein bisschen zu werden mal gucken können wie viel jetzt da drin haben weil das sind welche die ich nicht denken muss holz hier müsste immer wieder muss zumal 7 aber ich bin 30 für noch 16 das ist doch mal was um hier ich jetzt dahin 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 hier durch darüber da dran die aber noch nicht sondern wir brauchen erst die kollegen natürlich gesagt 16 geht ja gott sei dank recht schnell schon 10 15 16 23 um rauskommen 21 rein damit und los hinaus in die freiheit haben wir nicht hier irgendwas das wäre dann brauchen wir das für aber schlaf der stahl für das okay hier können wir alles nicht irgendwie frühzeitig machen da hätten wir alles bis auf das okay wir gehen also hierhin das war jetzt ist die rein und minuten ich dachte dass man gesagt ihr braucht 2008 gehen uns also ein paar genau so die können wir holen hier haben wir dort schon mal dann auch mal schrauben haben wir entweder oben oder hier vorne haben wir die 2000 sind dadurch und ich glaube wenn ich noch richtig im kopf haben wir dort oben machen wir doch eh oder da bin ich gerade im falschen film und das ist das andere läuft so weil ich hier mache ich sowas gar nicht was machst du machst das haben wir die nächste runde schon fertig ja ja da kommt recht wenig an müssen unbedingt gucken dass wir das da unten beschleunigt ich irgendwann diese schneckengedönse verstehe und stahl habe dann gleich auch noch machen wir könnten anfangen die anderen hier anzuschließen deswegen ist es die schon mal laufen das ist ja letztendlich einfach nur irgendwie irgendwo dran kommen und dann schauen wir machen wir das müssen die nächsten ist ja vollkommen egal von wo wir gehen also wenn wir da hinten anfangen alles hier rüber zu legen wir müssen und da dran kommen ich sollte mir von da aus vielleicht einen weg mal hier so rüber ziehen das könnten wir auch machen wir haben ein bisschen was zu tun da vorne runter drei minuten so schön wenn man es einfach einschmeißen könnte was haben wir denn hier noch gutes das ist noch da oben rein schmeißen das bei der und hier sind beide so viel drin das ist es nicht eben könnten wir noch ein bisschen was machen die haben wir alle erforscht wir brauchen sogar 20 so viel habe ich von denen schon gekürt nein da rein Forschung starten fertig 50 bringt mir alles nichts was gehen wir hin gehen wir mal hier hin 50 davon 50 davon was brauchen wir denn dafür mal haben wir alles da aber so läuft das doch eigentlich ganz gut so ein Forschungstag hier der Kollege kommt gerade zurück 30 40 den stück noch so richtig sehe und wir hier mit fertig vor der wirklich angekommen ist wir können den inhalator erforschen davon noch 23 und davon noch 23 40 40 40 50 kollege erforschen ohne ohne 100 werden wir jetzt nicht auf die schnelle gehen würdet hier mit 50 äh 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 in den haben dann wir haben nicht ein blind 33 31 gehe ich aber keiner ruft sich davon das heißt ich müsste tiere zu ich habe ernsthaft 20 zu wenig mitgenommen ärgerlich schauen können ich habe einmal reingegriffen da habe ich gar nicht mehr da jetzt kommt natürlich dort erstmal nicht das ist egal du arbeitest schön sauber ist immer wieder was dazu wenn das gerade passt also du brauchst 20 du machst auch ein bisschen wie ein schlacher so die 20 da rein und tschüss und der nächste er hat neben war ja am besten ist das hier beim einstein auswählen aber dann will ich wissen auf dem wiki ich habe so muss vor der ganzen stahl geschichten eigentlich ist stahl einfach eisen hole und stoff stahl da kommt dieses spiel diese mods und sagt dann denkt man sich so so machen wir es ja wir schauen was ich hier oben will wir können mal gucken wir gehen einmal zu unseren schmecken überlegen uns kurz ob ich hier ein mann rumstehen haben nein eine word mensch da steht der mensch verstärkte hier geht daraus du kriegst zu wenig eisenplatten ja okay das ist wirklich mager muss ich sagen das problem müssen das unbedingt alles beschleunigen einzige möglichkeit ich habe es entweder mehr anzuschließen hier mehr rein kommt jetzt nicht so ein ding werden also hier auf das band noch mal so zwei so dinge drauf zu ziehen auf gehen und auf gehen da ist jetzt nicht das ding das soll müssen unten anschließend das bedeutet wir brauchen 120er wenn dann das bedeutet wir müssen da oben dran und uns das ausnehmen wir müssen sortieren dann müssen wir hier unter springen ein bisschen fliegen dann gehen wir hin suchen uns den punkt an dem die bänder ziehen und da er sucht die einfach mitten in die wüste eben damit bei dann können wir man ist das ding wir müssen jetzt endlich zwei reich aber bis dahin käme schon mal ist an der stelle könnte es das wird hat wir jetzt machen wir ziehen da wären wir unter eins zwei hier rüber da sind wir eins zwei hast jetzt hier das es hat mich so leicht ja ja wo mir fehlen schrauben die ganze schluss wie wir das heißt wir gehen da drüben einmal schrauben holen ich richtig müssen wir immer weit laufen durch auch dass wir mit unseren ender teilen da nicht so weit kommen wie ich das gerne hätte auch mal bei einem und ab da hoch wir hätten gerne dieses in der seite ich muss das ganze machen dann müssen wir auch oben anfangen das ist natürlich nicht richtig eingebracht ja machen jetzt alle sonnen nicht daran sondern dann habe ich es doch richtig gemacht ja muss ich ja mal was richtig machen beispiel richtig diesen danke ender wird auch noch mal raus moment dauern holy guacamole und damit haben wir das haben wir denn noch welche wer ist das durch hier ja 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 und 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 das ist damit hat sich das thema wir schließen da gleich mal was an auch glaube ich so gut wie erledigt das so machen aber wir haben schon mal anfang schaffen das ist ein bisschen dauern ist das da oben richtig anläuft so wie kriegen wenigstens bei davon ans laufen wenn man wirklich einmal so drumherum gehen weil erst an hier ist richtig das ist jetzt nur der vordere teil die hinteren sind ja auch noch ja die gehen dann auch in dem fall auch noch da oben das was speichern im kurzen moment okay das band ist du bist du bist du bist du noch und du noch wenig sind es richtig noch 300 das haben wir ausgenommen 1200 jetzt kommen hier die querdinger du bist schon okay du nicht du bist schon du bist schon auch hier die reihe ist wo auch und da 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 der geht schon nicht mehr das zieht oh man gucken was wir in der zwischenzeiten neu gekriegt haben in der zwischenzeit kappels lachs hier reinkriegen verstehe ich nicht wir haben immerhin noch mal zwei grüne gekriegt aber sonst das ist die variante mit das aus was da eigentlich nicht reingehört das war der ding nicht dahinten hier ich so da reingeschmissen egal nicht gut gar nicht ihr maschinen hier an natürlich hingehen dass wir auf die beiden damit wenigstens das hier sauber läuft das system weil das ziemlich genau ausgerichtet der ausgerechnet meine ich wenn wir da ein wollen wir haben einen neugierig 250 so ein bisschen ist das alles nicht was ich jetzt hier machen also wir fangen mal an wo haben wir denn die nächstbesten die in der nähe von diesen hier sind haben wir denkt man aber gar nicht einfachste wir glaube ich von dazu kommen könnte man hingehen ein könnte eigentlich hingehen und gucken, dass man hier gerne und dort aus möchte ich einen höher haben aber auch nicht sehr gut ich alle nämlich einen höher haben dann können wir hier hingehen hinziehen und mal gucken wie weit wir kommen das heißt dort aber da müssten wir dann mit der einen tiefer gehen will ich da jetzt erst mal einiges machen und mit darauf legen erster gedanken wir hier 120 was darauf sind wir ausgelegt in der mir hier normal sagt was hast du vielleicht ein ein ist gut es würde ich bedeuten der das sind 120 die daraus kommt das ist nämlich genau das was ich haben möchte den kann ich am besten wirklich auf einen drauf setzen haben wir zwei dazu gewonnen daraus könnten wir dann wieder 120 hinten machen das geht darauf wenn wir wir müssen jetzt sowieso 60 immer nur weiterleiten bei mehr kriege ich gerade nicht hin ein so wenn ich zwei da oben dran mache wir bedeuten würde wie ich geht ich einmal so ungefähr auf diese höhe und hier rüber dann setzen wir ein kollegen da dran einen lift darunter Warten die Höhe. Warten die Höhe maximal schlecht. So niedrig, egal, das geht da drauf. Auch wenn das zu langsam ist, wir kriegen damit erstmal Zeug rüber und können Shannon Hines machen. Ich wollte sagen, gut, aber das stimmt nicht, das wäre gelogen. Shannon Hines machen ist nie gut. Gehen wir bis hierhin. Die Nappen nicht. Wir wollen ja auch den... Hier zu kreuzen, das glaube ich nicht so gut, der war, oder? Die Richtung, bitte. So. Ja, schluss. Hier. Du gehst bis... ...dorthin. Und... ...komme weiter. Hier drunter... ...sitzen wir den Zweiten, der bis... ...dorthin geht. Das bist du. Oder? Jeder war zu hoch, aber das war definitiv besser als das andere gerade. so sie freuen sie mir damit werden wir an dem punkt wo wir bei weitere unter hier weiter unter besetzt dahin machen können das muss man da oder eben die anderen zwei ist glaube ich gerade wäre einfach jetzt hierhin jetzt hierhin gehen nur bis hierhin auf den oberen aussetzen für die mich ja ich muss noch mal da hoch auch genug für zwei fusionaktoren dann kann ich wie gesagt da habe ich im moment die etwas bessere lösung nicht die perfekte lösung aber eine etwas besser und dann muss ich das wirklich stück für stück abreden uns heute fusionaktoren dahin kommen jetzt 60 minute dazu damit müssten wir da wieder auf 120 sein wie was eigentlich braucht bleibt nur die frage wie lange dauert sie sind auf jeden Fall da vorne schon mal angekommen aber dazu richtig ist rauszufinden ist schwierig und da haben wir gleich so lange gebraucht gut dann warten wir mal ab jetzt hat sich sogar einnehmen können das beide zusammen aber so ist es einfach nur ein klick weg 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 und das ding ist qualisiert dann sollten die da oben dauerhaft bräuchte er schon mal von vorteil habe ich die nächsten zwei angeschlossen ich könnte wie gesagt ich hätte auch die möglichkeit auf die nächsten zu gehen dafür sind die aber zu langsam das müsste ich dann doch wieder da rein schmeißen das ist das ist richtig doof freudig dann meist jetzt lieber so hey alles kompliziert hier ja dann läuft das nämlich hier auch einmal sauber und deutlich besser da kommen wir doch schon mal ganz gut klar da haben wir jetzt hier drin wenn man sich nur ziemlich alles was wir hier machen ist ein problem wie wird jetzt machst du hier brauchst fünf du polizierst zehn oder meine polizierst fünf wir sind auf der seite aus muss fünf du brauchst fünf ja super dass ich mir auch nichts von aufgespart habe ja jetzt ein etwas jahres konzept hier das ist ja auch gut immerhin wo sind wir du scheinst schon reinzulaufen und das fehlt noch so ein bisschen also die zwei dahinten leuchten gerade haupt da fehlt noch die sind auf dem weg und die letzten paar meter man sollte jetzt da schon mal das richtige reinlaufen das ist jetzt hier abend nick es dauert nicht mehr langer ja du läufst gerade ein bisschen hoch das ist gut wo hier eben dürfte es jetzt auch an dem punkt sein oder also knapp ich habe davor ja jetzt kommt das da rein wunderbar welches namen wenn wir irgendwann die möglichkeit haben hier unten beschleunigung durch das energie modul läuft auch immer schatz schatz nicht schatz nicht irgendwelche grafen klar ja 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 10 mal 10 braucht er okay wie kann der neuen wasserextrektoren das doch schon mal was ich könnte man alles da rein machen und so ist doch gut ist gerade nichts das auch sehr schön was ich vorhin mal machen wollte waren mann suchen wir jetzt auch noch eben weiß ich das läuft jetzt da oben besser auch wenn das nicht schön ist aber wenn das besser läuft durch das andere und dann durch das voll und dann habe ich irgendwann den moment wo ich die abzweigen kann und dann ist gut das ist schlecht wer von euch blütenblättern blüten dass er weg die brauche ich gerade nicht so das was gesehen haben wo war ich gerade eigentlich so viel da hatte ich doch ein hingebaut und normalen haben ja das reicht noch mal da vorher was schon läuft das nämlich auch immer noch man ist schön so das hat man da kommen noch nicht dran das haben wir alles noch nicht dieser 20 fälscher kann man tun ja da fehlt mir noch der pilz die farbdinger wie man sich die eigentlich dafür muss ich erst die bauen dafür muss ich das okay das hat mir bewusst ausgelassen das haben wir hier auch gar nichts farming das ist nicht ich brauche und weil ich es noch nicht da habe ich die sie es noch nicht da habe da weiß ich immer noch nicht wo ich das herkriegt also da unten fehlt mir das zeug da habe ich stahl für das könnte ich zusammen denken euch die für das habe ich in der tasche dann hätte ich mal größere strommasten natürlich vielleicht auch nicht so clever und clever und noch nicht so clever mit dem da brauchen wir sonst so ich führe und die schwefel und sie noch finden ja okay wunderbar nichts was haben wir gesagt machen wir hier nicht es könnte ich das machen wir eben zusammen und dann ist auch heute schluss spieleinstellungen das schwören können hier gerade ein saisonale events aus schalten das war für heute mit euch gefallen hat dann lasst mal so ein abo da glocke nicht vergessen daumen werden wir großartig kommentar frage ich mich riesig drüber und damit achtet gut cauliflower so 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 Musik